Ich glaube, ich bin immer offen und ehrlich gegen jeden Mann. Und das ist so mein Naturell. Ich habe auch nichts zu verstecken und kann... Ja, ich kann auch schnell Kontakt aufnehmen mit jemandem, den ich nicht kenne. Und es fällt mir nicht schwer, irgendein Gespräch anzufangen. Normal aufgefasst, wir sind gar nicht in Sphäre zusammen gewesen, oder? Ja. Um den Tisch herum. Dort können wir plaudern, sonst haben wir ja stillschwiegen. Ich bin ja wirklich so das dritte Mal in diesem Tal, weil irgendwie zieht es mich immer wieder hierher aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist es kosmisch. Ich bin ja wirklich so großartig und ziemlich schön hierher aus dem Tal. Ich bin ja wirklich so großartig und schön, warum ich so großartig und ohne Möchte. Und das war mir so großartig und sehr großartig und ohne Möchte. Und das war mir so großartig und auch schön ist das auch großartig.